Kennen ihr das, wenn ihr mit einem Einkaufswagen einfach so durch euch das Dorf laufen? Nein, ich eigentlich auch nicht. Also, auf jeden Fall kennt ihr vielleicht noch den Sascha aus dem Video. Also, wenn ich da oben wäre, dann würde ich jetzt einen Isake-Matschke geben, wenn ich spielen würde. Also, du willst da oben spielen? Jawoll! Auf jeden Fall ist Sascha mittlerweile gleich IV, weil der hat seinen Fuss gebrochen. Hat er seinen Fuss gebrochen? Ich weiss es gar nicht. Er braucht ein Fussgelenk oder so. Also, er kann nicht laufen. Und hier, am anderen Ende des Dorfes, holen wir ihn mit einem Einkaufswagen, damit er mit uns rausgehen kann. Was ihm das am Ende des Tages bringt, wissen wir auch noch nicht. Aber wir haben etwas zu tun. Und jetzt holen wir ihn. Weisst du wie lustig, wenn ihr da drinnen sitzt und ihr einfach so macht, der kann nichts machen, der fährt einfach nie auf. Oh! Geil, Scheiss! Ich mag jetzt schon nicht mehr Stossen. Hallo Sascha! Hallo Sascha! Hallo Sascha! Hallo Sascha! Ja. Das schmeckt auch noch viel. Wir machen jetzt eine Roomtour bei Sascha zuhause. Du gehst raus auf den Balkon. Wie man sieht, unterstützt Sascha keine alkoholischen Getränke. Ich bin voll gegen Alkohol. Darum steht auch Milch vorne dran. Ist das nicht eine Schleichwabige? Nein. Kann ich nicht. Möchtest du mich echt sinken oder möchtest du es nicht erwarten? Oh, gib mir Arrange da. Hast du Arrange da? Unbedingt, gib mir das. Komm, ich trinke an mir. Ach, du zählst. Sollst du draus trinken? Ja. Sollst du mit dir noch? Ja. Dann kannst du auch trinken. Ja. Ja. Komm, ich bin nicht wohnen. Jo. Geh mal. Wow, die einer Ds sieht man fast scheiße. Du dummes Sieg. Wenn es dunkel ist, nützen sie vielleicht auch etwas. Jetzt hört es mir noch ab. Was nehmen wir noch bitte? Aha, doch, wir sitzen schon. Ich geh. Jetzt müssen wir hier exakt langsam wieder rauszufahren. Das wäre die Boden gewesen. Ein bisschen hoch. Was? Kamera? Ja. Jetzt muss ich das einstellen. Ja, ich weiss, wie es geht. Komm, Sascha, ich komme jetzt mal rein. Nein, Alter, nicht wenn die Kamera dort ist. Doch, das ist lustig. Das ist genau das, was die Menschen wie Sascha sehen wollen, dass ich auch so in meiner Küche. Das ist nicht lustig. Doch, warte, jetzt sind wir sie. Hast du jetzt ein paar Stunden drehen? Warte, ich drehe du. Also komm, jetzt musst du hier hochgehen, damit sie dich anmachen. Hast du das Gefühl, ich bin so beweglich, dass ich das Teil nachher hier runter bekomme? Ja. Findest du das sinnvoll, dass ich das jetzt machen muss? Es macht keinen Sinn mit deinem rechten Fuss. Ich muss die aufstehen, damit ich das zu machen kann. Eben, das ist lustig. Doch, komm, probieren wir das mal. Weisst du, dann gehst du vielleicht raus. Fuck. Ich habe noch Angst. Nein, das passiert nichts. Kannst du nicht mehr rausgehen? Oh mein Gott. Ey, Alter. Das kann nicht mehr passieren. Warte, scheisse zu. So. Wie bekommt man dich wieder hier raus? Aber das ist meine ich gar. Nur mal kurz, kann man das auf... Nein, das ist super so. Kennst du den Moment, wo das Leben noch als Vorbeziehung war? Das Leben noch als Vorbeziehung war? Es ist gerade so ein Moment. Es geht jetzt... Ah! 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 Ich filme mich, aber ich habe ein bisschen Angst um Sascha, ehrlich gesagt. Was? Um Sascha? Der hat über das Haus gefahren. Ah! Komm da rüber! Der Team hat stösst mich gerade auf so eine Baturab, wie man fucking nicht aufs Wägel. Ich bin am sterben. Hallo. Kamera. Ich muss kurz meine Hosen anziehen. Ah, warte. Kann ich dich hier runter schiessen? Weisst du, ich kann dich jetzt einfach so ausleeren. Ach du, Auto! Ah! 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 Bring mich da rüber! Bring mich! Kommst du Scheisse! Ich kann nicht schüren! Ich kann nicht schüren! Ich kann nicht schüren! Profi, glaub mir. Ich wollte, dass du fängst, aber das hat nicht belangt. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Ade! Hallo! Das hat nicht geklappt. Lass mich so rüber. Profi, hilf! Zieh mich hoch, bitte! Das kommt fett in die Tür. Alter, Alter, Alter! Alter, Alter! Alter, Alter, Alter! Timo! Gerade, wenn ich die Pressekonferenz vom Borgner vorfahre, beim FCB, war weniger schlimm als das Top. Ich habe das schon zweimal gemacht und zweimal habe ich mich sicher gefühlt. Das ist das dritte Mal, wenn ich stirbe. Alle guten Dinge sind drei. Und wenn du stirbst, dann klickst auf YouTube. Das YouTube hat sich voll gelohnt. Warte, hier liegen! Oh shit, Alter, Alter! Oh shit! Ja, bitte fahr drüber! Möchel! Möchel! Also jetzt musst du so dramatische Musik machen. Zu, 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 zu! Da, schreckt! Nie mehr! Du sie venderä finansiere vor. Du fährst nie ein Auto durch und jetzt stand dich einmal mit einer Kamera und wenn man einfahren kann, dann fahre Autos durch. Das ist extrem schräg, weil der Berg schräg ist. Ja, du bist schräg.